So, wo sind wir hier nach? Wie heißt das? Was ist das für ein Restaurant? Chabushi. Ach, Chabushi-Restaurant. Da hat man hier praktisch so eine Herdplatte. Da gibt's Sushi. Da gibt's hier alles frisch. Und dann kann man das da reinschmeißen und dann kocht das irgendwie. Wir können jetzt was nehmen. Ja, und das kostet wohl 300 oder 350 Baht. Dann lassen wir uns das gut gehen, ne? Da drinnen rum, die Stocher noch mal. Die nahmen die Stocher da bisschen drinnen rum. Ach, und dann holt die sich das so raus und dann kocht man praktisch hier. Das ist total interessant. Bei mir, da kochen hier irgendwie die Schrimps. Die Schrimps. Die Schrimps. Vielen Dank. Vielen Dank.